Gut, dann trotzdem vielen Dank und weiterhin noch einen schönen Tag. Genau. Bis nachher, Herr Gold River. Schüsse. Hat der auch einen Schuss gehört. Hier rechts irgendwo. Hat sich nach was Großkalibrigen angehört, oder? Nee, also nicht. Ja, da ist Großkalibriger. Ja, da brauchen wir gar nichts machen, da haben wir doch keine Chance, Alter. Too good, man. Äh, relativ. Chancen haben wir schon. Wenn einer links und einer rechts reinfährt, dann fahrst du es eben. Ich lasse sie mal erst mal anschreiben und dann einen Plan machen, dass wir die aufhalten. Äh, die Sache ist, die fahren nämlich gerade hier in die Safe Zone, deswegen würde ich das dann durchziehen direkt. Achso. Und schießen können sie auf uns eh nicht, weil das FNG hochgestellt ist. Ja, die fahren rechts rein. Nein, 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 nein. Du kommst nicht aus der Safe Zone raus. schönen guten tag die herrschaft mensch mit was fahren sie denn hier rum mein name ist hauptmeister ralle voll wir halten sie an der stelle an bezüglich des fahren eines illegalen fahrzeuges und als wir auf dem weg waren zur hauptstraße haben wir gehört wie jemand mit einem großen kaliber ja ich denke mal das kommt gut hin und den schuss im wald abgelassen hat und das war eben der grund warum wir sie an der stelle angehalten haben vorhin ist es ja auch das ich würde ganz gerne erst mal die ausweiten mein name ist georg Kann. Ja, wir können den Auslöschen mal wieder haben, ja Georg steht da nur drauf, den Nachnamen kann man nicht mehr bzw. ja nicht wirklich mehr lesen. Ja, das ist verrückt. Ich bitte an der Stelle das beim nächsten Mal überprüfen lassen bzw. nachbessern lassen, weil Sie das nächste Mal beim Bürgeramt an der Stelle sind. Mit wem spreche ich hier? Wer sind Sie an der Stelle? Ich bin... Soll gut mein Name. Okay. Dürfte ich bitte auch mal Ihren Ausweis sehen an der Stelle? Verständlich was, das wird nicht von Ihnen vorgeworfen. Wenn Sie sich mal fragen... Ja, das Führen eines illegalen Fahrzeugs bzw. mit einer... Wie stimmt, habe ich das Fahrzeug gefahren? Das ist egal, Sie sind an der Stelle mitgefahren in diesem Fahrzeug und damit gehören Sie mit in diese Personenkontrolle und an der Stelle bitte ich einmal ihn mir den Ausweis auszuhändigen. Selbstverständlich, hier bitteschön. Danke sehr. So, okay. Story Goodman haben wir hier und den Herrn Gehr. Gut, ich werde an der Stelle das mal ganz kurz in den Polizeicomputer eingeben, ob an der Stelle irgendwelche Dinge gegen Sie vorliegen. Dann bitte einen kleinen Umblick geduld haben. Und geduld haben. Meine Fresse. Die stehen doch auf der Fahndungsliste, oder? Mhm. Das ist der Goodman. Ja, bitte. Ähm, ich bin mir sicher, aber ich meine, ich hätte Sie gerade eben oben an dem schweren Gewehr gesehen. Und das ist auch eh egal. Das wissen Sie aber auch bitte. Ja, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, dann ist es ja egal. Na, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich wollte eigentlich nur ein Geschenktes rauswenden, aber... Ich bin mir ziemlich sicher. User, join your channel. Abend. 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 Ich bin ziemlich sicher. Warum ist keiner auf Server 2? Keine Ahnung. Wir waren eben noch auf Server 2, da war es zuvor, deswegen sind wir auf Server 3 gegangen. Nein, nein, ich bin nicht ganz sicher. Waren Sie da oben gerade offen? Der Geok hat mir gerade eine Flasche Whisky gegeben. Ich habe die Chance gegeben, das zu gestehen, aber wenn Sie das nicht gestehen möchten, dann können wir uns gerne die Aufnahmen vom Polizeiwagen angucken. Oh ja, sehr gerne. Dann kommen Sie nochmal mit ran. Welche Aufnahmen? Steigen Sie bitte mal in Zweifahrer vorne oder nein. So, der Fahrer- und Computer hat an der Stelle schon mal nichts ausgeschmissen. Ich tippe hier schon mal jeden Ausweis wieder, Herr Geok. Danke. Führen Sie denn an der Stelle noch irgendwelche illegalen Gegenstände mit sich an der Stelle? Und irgendwelche illegalen Wachen oder sonst irgendwelche Dinge, die an der Stelle gesetzlich widrig wären? Nein. 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 Ooh. Herr Geok. auch platz von arbeit von wann bis wann bist du arbeiten sieben aber ich muss in den nächsten start habe ich also die baustelle ist auf der nächsten start der nächsten start ich habe es zu fuß maximal eine halbe stunde zur arbeit aber dafür in der küche ist natürlich auch nicht so geil macht spaß und so definitiv aber stress pur ich habe diese sachen durchsucht doch leider kann ich doch nichts feststellen die sind total leer können sich ja selber mal davon überzeugen ok herr georg das passt schon mal an der stelle das heißt ihre dinge können sie gleich wieder aufgeben haben sie irgendwelche illegalen Gegenstände in dem Fahrzeug die sie mit sich führen nein nein alles sauber alles sauber ok würden sie mir einmal ein nicht in das Fahrzeug gewähren würden sie mir einmal den Schlüssel ausfälligen dass ich mir selbst einen Überblick darüber verschaffen darf oder beziehungsweise ihren Kofferraum öffnen das ist alles gut bei ihnen herr goldmann brauchen sie einen krankenwagen ok sind bei ihnen los der Herr Mitchell hat mich ins Auto gesperrt und wollte mich nicht mehr rauslassen ich habe Klaustrophobie und nein 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 ich hörte doch einmal den Weg raus bitte rufen sie einen krankenwagen bitte ok super recht schön danke Herr Georg Sie müssen an der Stelle ihre dinge auf jeden Fall an der Stelle wieder aufgeben ich werde ihnen die Hand bringen ja ne bitte rufen sie einen krankenwagen so komm bitte zu ihnen Herr Zauh Gullmann geht es ihnen an der Stelle gut oder werden sie vielleicht ärztliche Behandlung genutzt werden um Moment da holt sich jemand in seiner Kugel hallo bleibt ihr Fahrzeug schleppen wir mal eben ab weil das auch illegal ist das wissen wir ja ich bin so voll sie sind voll haben sie Alkohol getrunken oder nein 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 dürfen wir bei ihnen einen Alkoholtest durchführen ich hab nichts getrunken dürfen wir bei ihnen einen Alkoholtest durchführen so würden sie bitte einmal aufstehen ja ok wir führen nun bei ihnen einen Alkoholtest durch wenn sie damit einverstanden sind Herr Georg ja bleiben sie bitte mal hier klein umblick bitte bitte bleibt nicht jemand mit einer Waffe ah der hat eine Waffe wie viel ist der gesetzliche Kranz wert Herr Zauh Gullmann bleiben sie bitte mal hier wie viel Alkohol darf man im Blut haben Nein Nein Mitchell ich bin weder bei Waffen nein Sie müssen mir die Handschellen abnehmen sonst würde ich die werden jetzt zu Angst nicht weiter stimmen Sie können gerne ich will Alkohol darf man im Blut haben Nein 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 ich bin nicht ich bin das nicht ich bin oder voll nicht Alkohol darf man im Blut haben hier Georg hat 0,92 Promille ich würde sagen 0,5 ja ich auch ähm 100.000 plus Beschlagnahmung klar ja 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 sie ist es auch wenn du den KontrolliButter steht unten sie sind über auch ein bisschen bei oder über den gesetzlichen Grenzwert geplant sie sind bei oder über den gesetzlichen Grenzwert BAC1 das ist äh das ist äh der Alkoholens das was er umgegangen hat der Alkohol getrunken ja hallo Der Alkohol hat besorgt, der nette Herr Geo hat 1 Promille am Fahrzeugsteuer besessen. Seid ihr auf der neuen Map? Ja, aber hier war gerade eben keiner, deswegen haben wir uns hier unterbegeben. User, join your channel. Moin. User, join your channel. Wir können aber auch gleich gerne auf Servers Live wieder wechseln. Warte, ich komme auch mal rauf, ziehen wir die auch mal rein. Äh, ja ganz kurz. Sound resumed. Microphone activated. Ne, stört die jetzt mal nicht, stört die mal nicht. Ja, dann lass ich einfach HQ gehen. Das sind noch 5 andere Jobs. Ey, was ist denn jetzt hier eigentlich? Fahren? Also, er ist fahren, Alkohol am Steuer, fahren vom billigen Fahrzeug. Ich würd sagen, ey. Wir sind ein Booster von 100 Hauten. Das ist eigentlich... Ja, aber wir müssen nun schauen, oder? Wir müssen schon gucken, wie sich das zusammenschließt. Gibt es denn überhaupt die Regel schon? Alkohol am Steuer oder sowas? Genau. Ich bin mir sicher, ich meine nicht, aber ich schau nochmal grad nach. Also, ich würd sagen, der kommt einmal in die Ausdeckungszelle in der Geo, oder? Ne, muss er nicht. Ne, haben wir dann extra so ne schöne Zelle. Ja, ich weiß doch so. Fö, Fö, Fino. So. Ja, da verliert er ja nix. Ja. Also, betrunkenes Zahn gibt's hier schon mal nicht. Die ist gar nix zu Alkohol. Ne, oder sag bloß, die saufen nicht so viel, bis die weggeportet sind. Machen wir erstmal Störungen der öffentlichen Ordnung. Die saufen jetzt so viel, bis die weggeportet werden. Weil der Geo hat jetzt 1,21 Promille. Und gleich ist der weggeportet. Da liegt der mitten auf deinem Web und hat nix mehr. Wo ist denn der andere? Ja, der ist weggeportet. Der hat zu viel Alkohol getrunken. Sag denen das mal, dass das als Konsequenz hat. Saul Goldman hält nix mehr aus und ist besoffen umgefallen. Geo, ich würde dich bitten, aufhören Alkohol zu trinken, da dich sonst Konsequenzen auf dich ziehen wird. Genauso wie auf deinen Kollegen Saul Goldman. Ihr Alkohol ist jetzt entzogen, also das heißt, sie können keinen Alkohol mehr trinken. Haben Sie verstanden, Mr. George? Okay. Überprüft bitte seinen aktuellen... 1,2 Promille. Okay, wenn das sich steigern sollte, bringen wir den direkt in den Gas und warten gar nicht mehr länger. Weil dann ist das Bug-Using. Und weg ist er. Ja, toll. Weg ist er. Ich hab... Ich hab... Ich drück mal...